Züchten heißt in Generationen denken und Visionen haben. Dieser Leitsatz, verbunden mit Geduld, Erfahrung und dem Quäntchen Glück, ist auch das Geheimnis hinter dem Zuchterfolg von Klaus und Dörte Tiedemann. Auf dem Tiedemannschen Hof im Kürbezirk Dithmarschen, genauer gesagt in Poppenwurt, hat der Stamm 2543 seine Heimat, dem Beschäler wie der Sieger Hengst Lavallo und Lux Zett, Accodetto, Coriando und Lasino entspringen. Der Verbands-Hengst Lasino ist ein Sohn der Arina, hier an der Hand von Dörte Tiedemann. Diese über Kapitol 1, Lord und Roman bestens gezogene Stute, wurde noch Mutter der gekürten Hengste Limoncello 1 und 2. Ebenfalls aus dem Stamm 2543 kommt die Lord-Tochter Burana, die aus verschiedenen Anpaarungen eine ganze Reihe erfolgreicher Springpferde brachte. Vollschwester zu Burana ist Loreana. Über die Auktion verkauft, wurde die stets vorsichtige Braune zunächst von Achatz von Buchwald gefördert und zählt jetzt unter Lars Niebeck zur ausstandssportlichen Aushängeschilde. Schöne im Ausstandssportlichen Aushänges, die Sieg, die Sieg, die Sieg und die Sieg und die Sieginnen an der Wahl anstattstunden. Die Sieg, die Sieg und die Sieg-Gerriff aus der Sieg-Gerriff über die Sieg-Gerriffen, die Sieg und die Sieg-Gerriffen Famalien verbinden. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.